Und Sie sind da und rufen ein lautes Guten Morgen. Morgen! Ganz schön voll hier, ja. Bevor Sie dann gleich mit uns reden wollen, wir Sie erst mal spielen hören. Viel Spaß mit Labras Banda und Holland live. Banda und Holland live. Labras Banda Holland live hier im schönen Morgen bei Radio 1 und die ganze Band ist hier bei uns zu Gast. Das Studio ist voll. Jetzt wird, nach Musik wird jetzt geredet. Und Stefan ist da, kann man sagen, Stefan Dettl ist der Bandgründer, ist das so richtig? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Lange Antworten sind auch nicht so seins. Und Manuel Dacolle ist da, der gerade getrommelt hat, der Mann, richtig? Ja. Wir haben es jetzt nicht komplett verstanden. Worum ging es in dem Lied? Um Liebe, Sex und was man heute braucht am Morgen. Das war ein schwieriges Interview. Es wird besser, es wird besser. Wir kommen langsam rein. Manu, einige haben Labras Banda vielleicht erst durch den deutschen Vorscheid zum Eurovision Song Contest kennengelernt, aber Musikexperten wissen, euch gibt es schon seit 2007. Welches waren denn bisher die Highlights der Bandgeschichte aus deiner Sicht? Abgesehen von dem Auftritt eben. Das ist ein ganz besonderes Highlight. Da gab es viele, also London war immer sehr schön. Wir waren öfters mal in London und durften da spielen in so Pubs. Das war toll mit so englischen Bands zusammen. Und in Sibirien war es sehr schön. In Sibirien? Wie kommt ihr denn nach Sibirien? Ja, da sind wir hingeflohen. Gut, wenn ich jetzt nach Sibirien fliegen würde, würde ich da nicht sofort auftreten können. Da gab es sicherlich noch eine Geschichte dazu. Ja, Goethe hat das gemacht. Goethe hat das möglich gemacht. Goethe-Institut. Goethe-Institut, ja. Genau, aber das war sehr schön. Da haben wir mit der Sibirischen Eisenbahn durch Sibirien gefahren und haben da in so Clubs gespielt. Und wenn man in London in so einem Pub spielt, gibt es dann Bier oder gibt es dann ein richtiges Honorar? Ale gibt es da. Und keine Gage? Nein, Gage hat es nicht gegeben. Aber das ist sehr interessant. Wir haben so ein System am Eingang, dass du eigentlich gleich sagst, für welche Band du da bist. Und dann kriegt jede Band so ein Strich, Strichl irgendwie. Und war einer für euch da? Ja, tatsächlich. Also außerhalb fünf. Einziger, ja. Aber der war in Lederhosen da. Den hat man so erkennt. Für die meisten von uns in Berlin und Brandenburg sind Tuba, Posaune, Trompete, alles was wir gehört haben, Instrumente, die Bayern gerne im Biergarten spielen. Bei euch hört man aber schon, dass ihr auf einem anderen Niveau seid. Stefan, du hast Musik studiert. An welcher Uni warst du? Ich war in München und Linz. Also wir haben alle Musik studiert. Und genau, aber deswegen reizt es uns auch, dass wir nicht nur im Biergarten spielen, sondern einfach auch in Clubs gehen auf der ganzen Welt und auf Festivals. Du sagst jetzt München, aber das ist ja schon, das klingt schon richtig namhaft, wenn du sagst, wo du studiert hast. Das klingt nicht namhaft. Aber sag es mal. Konservatorium. Für mich klingt Konservatorium schon sensationell. Das ist nicht so spannend. Techno, Ska, bayerische Blasmusik, was macht ihr denn nun für Musik? Es ist schwer zu beschreiben. Also wir haben unsere Möglichkeiten, sind Blechblasinstrumente unter E-Bass und Schlagzeug. Und wir probieren da auf die ganzen Festivals, wo wirklich die geilen Rockbands sind, wir versuchen nicht einfach so mitzuhalten und mitzublasen irgendwie. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und klappt das mit dem mitzuhalten? Ja, also im Ausland besser. In Deutschland ganz gut und in Bayern ist es schwierig, aber sonst ist es alles gut. Aber im Ausland seid ihr dann schon die, die dann mit Sauerkraut beworfen werden, weil ihr da so ein schönes Klischee erfüllt, ist es das? Also die Partys sind auf alle Fälle ganz schön dreckig im Ausland. Wann habt ihr denn gemerkt, dass ihr mit dieser Musik junge Menschen begeistern könnt und eben nicht in den Musikantenstadel eingeladen werdet? Also auf euren Konzerten ist es ja sehr jung. Ja, auf die Festivals merkst du es wirklich sehr deutlich. Wenn du irgendwo hinkommst und jemand hat dich noch nie gesehen, der sagt so, was machen die Typen, die schauen so komisch aus und sind jetzt auch nicht irgendwie aufgestylt und haben keine schicken Instrumente, sondern so Blechblasinstrumente. Und dann nach zwei, drei Minuten wippt irgendwie so die ganze Menge und tausend Leute schreien und tanzen, singen. Und dann merkst du schon, okay, das ist so Musik, die wie viel Leute Spaß macht und wo es eigentlich egal ist, welche Sprache du singst, wo du herkommst, wie du ausschaust. Da geht es einfach um ein gemeinsames Erlebnis und das macht uns schon wahnsinnig viel Spaß. Aber ist es am Anfang dann nicht so, dass sich Leute dann doch erstmal, ach naja, irgendwie ist das Volksmusik, das ist jetzt uncool, wenn ich mitmache. Ist das 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 Problem? Und dass es dann, wie du gesagt hast, drei Minuten dauert, bis die Leute sagen, oh nee, eigentlich ist es geil? Das ist immer so, also jedes Publikum schaut sich die Band erstmal an. Und da können sie immer drauf an, ob das Publikum auch cool ist, entspannt ist. Und in Bayern ist es meistens so, da braucht es länger das Publikum, also ein Viertelstunden, 20 Minuten, aber wenn nette Leute da sind, die Spaß haben möchten, dann geht das eigentlich ziemlich schnell. Wir haben noch eine Menge Zeit mit euch heute Morgen, eine halbe Stunde, mindestens bleibt ihr noch bei uns. Wir reden gleich weiter mit Labras Banda, die im schönen Morgen zu Gast sind, dann über eure Live-Auftritte weiter, warum ihr immer barfuß unterwegs seid und wie es dazu kam, dass ihr Vorband der Ärzte geworden seid. Schön, dass ihr da seid. Danke sehr. Das war geil. Echt. Sehr, sehr gut. It's alright, it's okay von Primer Scream, der schöne Morgen hier auf Radio 1. Und dieses Gespräch beginnt mit einem fröhlichen guten Morgen von Labras Banda. Guten Morgen. 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 Jetzt haben wir hier in Preußen sehr geduldig dieses Bayerisch ertragen, aber es geht ja darum, wir wollen euch ein bisschen Berlinern beibringen. Wir haben hier so fast in Lautschrift euch einen Text aufgeschrieben. Da geht es um euch und es uns wäre sehr lieb, wenn Stefan Dettel, Gründer der Band und Sänger der Band, diesen Text dann bitte mal vorlesen würde. Ich hoffe, die Lautschrift funktioniert so halbwegs. Okay, es ist euch schon klar, ich habe jetzt nicht den Anspruch, das brutal auf Zoperinisch zu machen. Also ich probiere es einfach. Wir haben den Anspruch, genau. Das sind schlangen wie die Olli dann. Ganz brutal. Wir Fünfe sind aus Übersee. Also nicht das Übersee über den großen Teich, sondern Übersee am Chiemsee. Unsere Musik würden wir bayerischen Gypsy Brass nennen oder vielleicht auch Alpen Jazz Techno. So, gegründet haben wir uns vor sechs Jahren, seitdem gab es eine Menge Konzerte zum Beispiel in der Fachoberschule. What? Wirklich? Aber auch im Zirkus Corona und auf der ganzen Welt, sogar in Zimbabwe und Novosibirsk. Dit war aufregender als wie jeden Auftritt in München. So, die Show sie übernimmt. Mit unserem Lied Nackert haben wir et beide diesjährigen Quali für den Eurovision Song Contest auf dem zweiten Platz geschaft. So, da sind wir zwar nicht nach Malmö hier gekommen, aber immerhin kennt ihr uns jetzt noch in Berlin. Ja, und geht doch, oder? Ich hab nichts verstanden. Nichts verstanden. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt ja versprochen, jetzt noch einen Song live zu spielen. Welcher wird das sein? Und übersetzt ihn uns vorher, damit wir dann wissen, worum es ging. Der Song heißt Znaxt und da geht es um, ganz anders wie bei Olli-Angelieder, um Sex, Liebe und schöne Zeit. Das ist wie der erste Song des heutigen Morgens. Vielen, vielen Dank schon mal, dass ihr da wart, aber erstmal hören wir jetzt noch ein bisschen Live-Musik. Dank Herrs Banda. Servus. Bis bald. Das ist wie der erste Song. Musik Das war's für heute. Sensationell, vielen Dank und das hat so viel Spaß gemacht. Jetzt sagst du bitte noch den letzten Song, an den wir jetzt hier spielen. Oh ja, gern. Kings of Lean, Sex on Fire. Macht's gut, bis bald. Danke schön.